Musik Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Furnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karls-Horst gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleibt im Raum, Keitel, Jochen, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier in Sparien sind meine Welt zu unterschätzen. Und reitlich das an der Kau. Das blieb der hat mit Verlogen. Ja, ihr habt mit Verlogen, sondern ihr ist es. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus. Nie nach verletziger Treue unserer Feindläden. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich seid Feindläden, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch kein neues des deutschen Volkskriegs. Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich General, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerflacht haben, nur um so lange mit meinem Messer Glammeln hält. Ja, aber nicht lange, dass ich mir die Formelaktion so behebt habe. Das hat mich gegen den Wurz, das ist in den Widerstand, in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um da waren alle ihre Offiziere liquidiert zu lassen. Ich bin Stalin! Und doch habe ich allein, allein auf Bisschen stellt, ganz Europa erobert. Es ist unmöglich, um zu diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, er will, es ist gewaltig. Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich habe über zwei oder drei Minuten von einem Mock-Broadcast. Was ist der Name der Niveau der Niveau? Espen? Nein, ESPN. Das ist ein Terrible Name.